Klimabewusstsein. Unsere Welt verstehen. Wir haben in den letzten 2.5 Millionen Jahren ein Roller-Coaster-Development des Klimas. Wir haben ein Roller-Coaster-Development des Klimas. Es geht um und runter. Es geht um nichts mit dem, was die Menschen mit dem Planeten zu tun haben. Der Problem ist, dass jetzt durch die Interferenz des Klimas, es scheint, dass die Planeten viel, viel schneller werden, als in den letzten Millionen Jahren. Das ist das, was wir sagen, man-made Klimaschutz. Was ist der Grund? Es ist die Ausgabe von Klimaschutz, aus der Industrie, aus der Landwirtschaft, Dinge wie das. Wenn man die Atmosphäre mit Klimaschutz erhöht, die Klimaschutz werden muss, und das ist genau das, was jetzt passiert. Der erste Effekt ist, dass die Temperatur der Klimaschutz auf dem Klimaschutz erhöht. Aber ein wichtiger Effekt ist, dass das Wärme der Atmosphäre auch die Wärme der Wärme der Wärme der Wärme der Wärme. Wenn man die Wärme der Wärme, dann kann man die Wärme der Wärme auswärmen. Das kleine Wärme auswärmen können, wenn man die Wärme der Wärme auf dem Klimaschutz erhöht, dann kann man die Wärme auf dem Klimaschutz erhöhen. Wenn man auf dem Klimaschutz auf dem Klimaschutz erhöht, dann kann man das Wärme auswärmen. Wenn man die Wärme auswärmen, dann kann man die Wärme auswärmen. Wenn man die Wärme auswärmen sehen, dass die Wärme- und Wärme auswärmen jetzt keine Wärme auswärmen. Daher ist eine große Herausforderung, die uns alle alle. Das ist die Wärme auswärmen. Die Wärme auswärmen System as soon as possible, from fossil fuels, gas, oil, coal in particular, to non-carbon sources as we call it, that is wind, solar, biomass. Even with the existing technologies we can rapidly decarbonize Europe, become a world leader when it comes to reduce greenhouse emissions. It's the political will in the end, because it's in the end a competition between an old economic system, which is based on fossil fuels, let's face it, and a new system which is much more sustainable, has no side effects, environmental, will probably even create much more jobs in the end and will foster innovation at all scales. Two hundred nation states on this planet, who all have to work together, that is an unprecedented challenge in human history. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.